Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Nundienstag, den 8.12.2020 und die Bären waren zum Montag so richtig, richtig, gar nicht motiviert. Also wenn ihr euch den Kerl hier anguckt, so ungefähr, stelle ich mir das vor, wie das hier am Montag abgelaufen ist. Also wir haben ja drüber gesprochen, unten, oben, über die 300, wir haben gesagt, der DAX hätte sogar eher gute Karten, wenn er hier positiv raus eröffnet, die 330 durchsteigt, hätte er eben Chancen oben raus, da eben ein paar Punkte zu machen. Das hat er nicht getan, wir hatten gesagt, unten wäre wichtig, wenn er hier jetzt drunter klatscht, unter die 13.190, 13.71, das ist auch nicht gelungen. Aber nur einmal ganz kurz, da hat er direkt schon eine grüne lange Kerze, also da hat man auch, ich hoffe, dass die auch sowas wahrnehmen halt. In dem Moment, wo sie da vielleicht short wollen und der Batschen direkt so eine fette grüne Kerze in die Fresse, dann will der da nicht raus halt, dann will der das nicht. Und so haben wir, glaube ich, auch kommentiert in unseren Updates, haben wir auch gesagt, na gut, jetzt 230 nichts genommen, also solange er da oben jetzt nicht die 300 rausnimmt, ist dann jetzt hier erstmal seitwärts angesagt, 250, 280, die ganze Zeit da drin hin und her und letztendlich ist es genau das geworden. So, deswegen würde ich sagen, können wir das jetzt erstmal so mitnehmen. Ich persönlich würde denken, wir kommen mit einem Abwärtsskip zum Dienstag rein und dann muss ich zeigen, wie viel Nachhaltigkeit hier drin ist. Es kann sein, dass er, es kommt auch an wo er reinkommt, aber wenn er unter 200 reinkommt, könnte ich mir vorstellen, dass man auf 100 geht und dann vielleicht sogar schon wieder in die Zone zurück, bleibt er zum Nachmittag aber auch draußen und drückt sich nach unten raus, sind dann auch 12,69 drin, also das ist durchaus denkbar. Sollte zum Dienstag jetzt über 300, über 330 oben rausgehen. Das ganze alte Spiel, halt wieder von vorn, ne? Sie kennen das ja, die 3,80, da hat sich jetzt nichts geändert an den Blick von gestern, im Endeffekt ist es die gleiche Analyse nochmal, bloß ein Tag dahinter. Warum denke ich, dass es einen Abwärtsgap geben könnte? Ich finde, der Nikkei ist, den habe ich, wir haben da schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, der ist nach wie vor auf Jahreschart-Ebene am 61er Retracement, also dieser riesigen langen Abwärtsbewegung von 1990 oder wann der da weggekippt ist, der ist ja Ewigkeiten korrigiert, hat da jetzt 61% von abgemacht und ist da relativ sportlich an das Niveau herangesprungen. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen stärkere Reaktionen auch noch einsetzt und wenn im asiatischen Handel schwach notiert wird, dann kommt unser DAX häufiger immer ein bisschen schwächer. Also könnte unser DAX zumindest zum Morgen eben tiefer reinkommen, um dann wieder am Nachmittag von Amerikanen hochgezogen zu werden, also das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung für den Dienstag. Ansonsten ist jetzt hier erstmal nichts passiert, das ist jetzt weder ein negatives noch ein positives Signal, das ist einfach wieder Range, das ist einfach wieder nur seitwärts, das gibt uns keine neuen Signale. Die Signale geben die Trigger, die Trigger wird nicht umgelegt, können wir es mitnehmen, können wir das Video zumachen, auch im Tagesschatter hat sich nichts geändert, die Kerze geht zur Seite. Aus, brauche ich sie nicht länger von ihrer Freizeit abhalten, ich wünsche viel Erfolg, gutes Gelingen und wünsche ihnen was. Bis morgen, ciao.